UNTERTITELUNG 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 Nicht schuldig in allen Anker gebunden. Franz Mora, der Schlechter von Wilma. Mora selbst ist ihr nachgelaufen und hat Rachel mit einem Genickschuss getötet. Doch dann haben sie auch meine Kinder nachgeschossen. Was sollten der Herr Mora für einen Grund gehabt haben, so was zu tun? Ich kann mir das nur als Verwechslung erklären. Ich hab von ihm nie ein abfälliges Wort über Juden gehört. Für die Juden war es nämlich gleich, wer gemordet hat. Ihr Feind ist der Mann in deutscher Uniform. Da hat man ja viele Eichmann am Sacker gewähnt. Es gibt Dinge in der Vergangenheit, die lässt man besser dort. Besonders, wenn man im Glashaus sitzt. Der Justizminister, der ist tiefrot. Wir sind ja nicht immer Herr unserer Entscheidungen. Es waren nicht wir, die den Krieg begonnen haben. Und er ist doch noch nicht zu Ende. Wir leben ewig, wir seien du. Wir leben ewig in jeder Show. Wir wählen leben und erleben schlichte Zeit. Bitte sag mal, was in Wilna war. Dass wir da sind, ist reiner Zufall. Wir sehen uns schon. Nossa Besucher! Untertitelung des ZDF, 2020